Hallo YouTube und wir melden uns zurück mit einer Runde Golfit. Wie immer ging es drunter und drüber und so die ein oder andere Freundschaft wurde auf die Probe gestellt. Doch ich spanne euch gar nicht lang auf die Folter. Jetzt geht's los. Let's go. Bruchst du 50er, schlägt nicht? Easy win. Turn back now. Warte mal kurz. Ich bin game lag. So, warte mal. Bei mir lag da einiges. Ja, vorbei, 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 nein! Du Schwein, das... Das wäre auch alle in Wangen gewesen. Du Ratte. Achso, du bist da recht. Bum, bum. Oh, das lag echt ein bisschen. Nagel weg. Sehr wach. Ah, was bist du für einer? Ich hätte schnell weg müssen vom König. Hä, warum? Das hätte er ja keinen Schlag gekostet. Nein, aber er hätte mich halt noch wieder weggelegt und dann wäre er vor mir gelegen. Als ob. Als ob ich so spiele würde. Nein, er hätte ihn nur noch oben schlagen können. Was ist denn da schon? Was ist das für eine Verschwörung? Macker, das hat richtig im Griff. Ich weiß gar nicht, was man da auch nicht muss. Wenigstens kann ich das noch ein bisschen. Ah ja, look, ja. Das ist ein richtig kurzes Kaffee. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ein richtig kurzes Kaffee-Game. Was? Ja. Bist du ihn nicht gejuckt? Ja, sicher. Hä, was bist du... Kann man springen? Nein. Braucht für einen Freund? Schade. Oha. Ah, ohne Blöcke. Man kommt echt, oder? Ah, schade. Jawohl, ich bin gerade, ich bin gerade, ich bin gerade. Oh, jawohl, zum Glück. Einfach nicht verdient. Na, das war auch nicht verdient. Spannend. Ah, da würde ich euch so weg snacken, da, habe ich so das Gefühl. Warum? Ich habe auch noch drei Bruch-Chill mal. Ja, ich würde euch so weg snacken, habe ich gesagt. Du bist schon ein Snack. Oh, ich mache es ganz stark. Ganz stark. Jetzt voll drüber. Ja, das war jetzt Zufall. Oh, da habe ich einen Meerbruch. Genau, da habe ich einen Meerbruch. Nein, ich werde sogar noch bis oben mit Kuh. Nein. Warum? Er war doch ganz oben. Ach, fuck. Nein, das war zu leicht. Ich bricht es. Ah, oh, jawohl, zwei habe ich trotzdem gebraucht. Jawohl, zum Glück verdient. Jawohl. Ah, er startet wieder. Ah, ich muss von hinten aber starten. Wie tut man sich? Ich würde auf den letzten Platz, ich glaube, über den Ente. Oh, ist das schon. Hätte ich das nicht gleich so machen können. Nein, ich sehe eine Mauer. Hilfe, ich sehe nicht. Okay. Oh Gott, nein. Wohin? Ah, dort. Oh, Lull. Kann das was da? Ah, nein. Irgendwann vielleicht das Spick mir da weg oder so. Das war wohl nicht richtig. Hä? Da ist es zu recht da, finde ich. Ja. Hä? Ah, hu. Ah ja, hu. Team. Das ist ein anderer Werk auch nicht. Ah ja, da unten. Wie wäre man da? Verlangenwilliges Werk. Ja. Oh, weh. Hier, liebe ich. Oh, so ein Ding. Oh Gott, nein. Man ist nicht so für eine Kacke da. Zeig euch, wie das geht. Oh, nein. Jawohl, 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 jawohl. Ja, genau so. Echt, oder wie? Du bist so ein Lacker. Ah, nein, nein, nein. Ja, der Oberlacker ist gerade mit dem Ding da oben gekommen. Ein Lacker im Lärm. Ich habe es beurteilt. Ihr seid, wie es passiert und genau so passiert es auch. Wie soll man da durch das Ding durchkommen? So, da geht es weiter. Shit. So. Oh, nur eine Dabe. Oh. Ich bin jetzt da irgendwie offen. Vom Start offen glitscht. Ah, zweinig fest. Oh, nein. Oh, doch, doch, doch. Das ist gut. Jawohl. Das war der ultimative Smart Player. Fick dich, ey. Komm schon. Komm schon. Nein. Nein. Ah, ich wollte dich weggeschalten. Mann, du lagern. Jawohl. Strong. Marco. Du schaffst es. Ich habe einfach am Start gegen irgendeinen Sack gegengeschlagen und bin einfach ins Zentralober gelandet. Trotzdem, dann schlagen wir wieder König wert. Ja, zum Glück. Mhm. Muss ich gewinnen. Ja. Winner, winner, Chicken Dinner. Jesus, Maria. Ah. Ah. Oh, das war nicht gut. Schade. Du musst genau im richtigen Timing. Ja, irgendwann hat es mich eh umgekaut. Ich habe nur warten müssen. Tschüss. Meh. Ah, schade. Hätte es mich da vorne auch nicht. Schau, genau so geht es. Und dann komme ich. Ui. Okay, das ist ein bisschen hoch. Nein, 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 nein. Ja, hä, wie soll ich das jetzt steuern, da? Ah, jetzt noch. Oh, shit. Das war dumm. Das war zu wenig Kraft. Ah, das wird mir jetzt wieder kosten. Nein, jetzt habe ich nicht. Ja, vorbei. Hast du erst drei Schläge. Boah. Ja. Huch. Ja, not bad, not bad. Arr. Gibt es da nicht so freie Kamera oder so? Naja, du kannst nicht bei extrem weit raussehen. Oh shit, das war nicht so smart. Ich überhole mal den Markus. Nein, da geht sie raus. Nicht da, aber wo muss sie... Markus hat den Schleichwergel gefunden. Schleichwerbung. Servus, Christi. Ding Dong. Oh Gott, no. Hä? Oh, da war kein Lack. Oh shit. Nein, 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 nein. Wo ist das? Hä? Ziel? Nicht da hinter, oder? Keine Ahnung, wo man an muss. Klingt die Falt, ja. Wo ist das Ziel? Fuck, jetzt habe ich scheiße. Ja, da hat der andere ja irgendwo. Ja, jetzt habe ich scheiße gebaut, die drüber zu springen, sage ich. Oh, war das richtig? Fuck. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Das ist mal ein Loch, habe ich... Nein, das gehört nicht dazu. Nein. So eine Scheiße. Ich habe Falle ein bisschen... Ja, ich checke es aber ohne, ich glaube mit R, aber irgendwie anders kann man auf den letzten Punkt, wo man gelegen ist. Oh, jetzt habe ich richtig scheiße gebaut, he. Für die Klappe wäre besser gewesen. Nein, du hättest da gegen die Wand schlagen können irgendwie und direkt rumspicken. Ah, gut. Nein! Hä, wo kommt... Achso. Ja, es spickt hier rauf, Vivi, du bist echt. Ja, ja, ich bin gewinnt. Das ist total. Oh, Juch. Wohin? Achso, hätte man da rauf können, Mann! Ich glaube. Ja, nicht da, doch nicht da. Ach, come on. Weisst du, das ist mein Herz, da habe ich dich grün. Jetzt ist vorbei. Und nochmal raus, komm. Und raus, 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 komm, und raus, Und raus, komm, und raus, und raus, komm, und raus, komm, und raus, und raus, nein, nein, nein. Aber sie sah eh eh schon wieder nix. Hä? Zit ist abgelaufen. Na. Was ist das? Das ist der Schlag. Ah, so dumm. Ist das sozusagen cool? Meiei, wie sich der Markus freut. Nach? Ja, ich auch schon. Ihr habt es gesehen, ja. Hä, wie? Aber perfekt wäre ich drauf. Fuck. Shit. Komme! Ja, Bibi, ich brauche mir schrecklich Skill dafür. Das kann der Fabian noch besser. Das ist doch perfekt, Ine. Hast du die Schanze am Start genommen, oder? Wow! Ja, aber Amina, dann fielst du langsam zu der dumme Kuh. Oh Gott. Wo sind da die Schanze? Ah, okay. Fuck. Ah, das war nicht gut. Oder vielleicht schon. Oh. Oh, wird das ein Hole in One? Natürlich nicht. Nein. Nein. Man hat es ums Eck gehonert. Ja, wohin? 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 Ich bin jetzt schnell. Komm schon. Ich bin schnell. Ah. Biss. Ah. Weißt du, das ist halt das Gute durch das, dass ich so klein bin. Das ist Minigolf für mich wie ein richtiges Golf. Das stimmt. Okay, ich kann glaube ich langsam nicht mehr weiter aussen. Das habe ich auch gerade gemacht. Jetzt muss ich wieder weg. Ich glaube ich muss mein Mausrad langsam aushängen. Der war stark. Das war nicht ich. Das war nicht ich. Ah doch. Shit. Wie bin ich auf die Maustaste gekommen? Komm scrollen. Komm schon. Komm schon. Hole in one. Komm schon. Dreck, was ist da los? Oh Gott. Huh? Wo geht es da auch nicht? Ah, ich bin auf die andere Seite gekommen. Ja, da bin ich auch. Aber wo ist der Scroll? Muss ich da noch entlang, oder wie? Ja, slowly, Seta. Fick dich. Ja, das... Nein. Ah, ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Geschmalt. Hm. Ich hab ihm einfach nicht traut sind. Na bitte Gott. Ich hab ihm einfach nicht traut sind. Ahhhh. In der ersten Schlage. Ist das ein Kack? Ah. Der muss schon wieder rumkommen, bevor das auch geht. Ja. Ich meine, wo kommst du her, Markus? Ah. Oha. Ich bin ja bald, ich hab mich da nicht traut zu fest. Ich hab's unter zwei Mal gemacht. Was soll denn das Ziel sein? Wenn ich auch noch... Wenn ich auch noch... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich summe dafür gar nicht mehr aus. Bläh. Nein, ich bin schon eine gute dumme Kuh. Nein! Es ist fest! Hä? Ich bin ja einfach vor einem Dingüberfahrer. Aber... Man kann sich doch irgendwie auf ein letzter Ding wieder zurücksetzen. Ich glaub ja, was leider auch nicht wir. Ah, mit F! Mit F! Ach so da! Ich wollte euch jetzt eigentlich gekauft, ich gewinne durch das noch. Oh Mann! Ja, hätt ich das gewusst. Wo muss man denn... Ich glaub der Zug ist abgefahren, Marco. Wo muss man denn... Ich glaub der Zug ist abgefahren, Marco. Oh Gott. Und wieder direkt hin. Ah! Ein geiler Hund. Ah! Ah! Ohohoho! Ah shit! König probiert's direkt vom Start. Ah shit! 26 Sekunden noch König. Äh, ich hab ja noch. Ja. Nein, warum? Direkt hineingekommen. Ich war fort schonmal... Ah, ich hab keinen Schlag mehr. Schade. Nein, hätt ich das vor Anfang angewusst, hätt ich das vor Anfang auch so probiert. Aber du weißt nie, wo das Zug dazugehört, hab ich so das Gefühl. Jaja. Mal schauen. Okay, ich hab einen Baum gekramt. Wie ist denn du auch nicht? Jaja, ich hab einen Baum gekramt. Ich bin jetzt hochgejuckt. Was bringt mir das denn? Ah, wo man hinkommt. Ah, fuck. Natürlich kommt der Markus da draussen. Ah! Ja, wie soll ich das machen, wenn ich da schräg stand, fuck. Komm, pflüge ich da jetzt mal los, ey. Weil du ein Larry bist. Ach komm. Ach, ja weiß ich was, Maria. Ah! Na, warum? Jetzt sind die ganzen Bombe gestanden wieder verkackt. Ah, sei ja nichts. Denk mal zum Unternehm. Mach echt, oder? Ja, was? Na, oh Gott, na. Das ist schon zu fest. Ah! Oh! Na, der Ding wäre eh das so ein blaues Teil, wenn du triffst, aber... Einer hat dich zu schwer für mich. Na, jetzt prallen wir an den Schild ab. Ah, komm! Nein! Weißt du, du musst immer auf die scheiss Wippe da warten, ey. Das frisst so viel Zeit, ey. Oh, Markus ist liegen geblieben. Es ist ein Fortschritt. Ah, fuck. Oh, Vivi hat so richtig geguckt. Er hat zu viel Schleck. Oh, nein. Ja, ich auch. Du bist der Beste. Boah, genau. Perfekt getroffen. Na, warum? Ah, das klassische Minigolf mit der Windmühle. Boah, ja. Oh, nein. Boah, zum Glück. Dreck. Okay, da oben ist ein grosser Film. Ja, okay. Ich hab nicht gewusst, dass man da gar nicht zu fest tun muss. Hast du da ein grosses Schild mit? Mit Dad. Ah, ja, okay. Boah. Ist doch ein bissl gekommen, Vivi. Wirklich. Oh, ich hab einfach gerade mit Wandschuss. Ich roll noch immer vorbei. Na, Beste. Na, Beste. Ist einfach scheiße. Ach, fuck, da frisst mich das jetzt. Hoffentlich. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, shit. Ja, da bin ich jetzt viermal vorbeigerollt, glaube ich. Drecke. Jetzt muss ich bei der letzten Bahn darf ich jetzt ja keine Scheisse machen. Markus schieß ganz leicht rechts neben dem Ding hinter dir. Der Strich in der Wand. Es rollt nach links. Es rollt nach links. Ja, halt schon so, dass du bis ankommst. Schade. Das war ein lächer Schlager. Oh, nein. Ich glaube, du schnappst die Zahl, Markus. So, ein Dreck. Ich hab's probiert. Okay. Okay, das ist wahr. Ah, okay. Oh, oh. Wow, Markus überspringt einfach den ganzen Sinn von der Bahn. Ach so, da ist so eine scheisse Decke jetzt hier. Ah, du musst da springen. Oh Gott. Ich hab bis ins Ziel geschossen. So festgeschossen. Hä, können wir gerade so weiter? Ah, okay. Jungs, Jungs. Ihr könnt einfach resetten und volle Bulle reinhauen. Den kommst du direkt zum Ziel. So cheatet er wieder. Jetzt cheatet er. Da sieht man mal, ich bin immerhin zweistellig geblieben. Ich bin beim ersten Ziel wieder. Zählt das auch? Bei meiner Kuh auch. Du bist in ein ganz anderes Ziel gekommen, oder was? Ja, ich muss sagen, ich war beim ersten Ziel. Du kannst da... Du musst ganz fest volle Bulle reinhauen, wenn's weg ist. Warum ist da jetzt ein Block, wo du drauf startest? Das war aber am Anfang nicht, oder? Moin Moin. Nein, ich hab nicht auf dem Block gestartet. Ich hab davor. Aber ist das auch so ernst, was sich ein bisschen verändert, oder wie? Nein. Ich würd nochmal respawnen, das schaffst du nicht mehr mit der Nachstellung. Ich würd's vom Start probieren. Du bist gar nicht so fest. Ich bin ganz fest... ...oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Easy peasy. Ja, immerhin Zweiter, würde ich sagen. Ja, hauptsächlich Letzter. Scheißdreck!